Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clevering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Was? Hm? Achtung, Bürger von Dunborn. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slakjaw will mit dir reden. Ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge der Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos werden. Ah? Mist! Ich finde dich schon. Da bist du. Yeah! Yeah! Hey, was war das? Das war's für heute.